Ja, da sind wir wieder zurück mit dem Punkt, der gespannt gebannt ist. Nein, gebannt hab ich noch nicht. Noch. Das wird noch. Na, mal schauen. Jetzt mal mit dem Karren, weil das ist sonst. Wir haben gerade nachgeguckt. Der Linne hat echt ein geringeres Gas, das heißt, der fährt langsamer und das macht das angemein schwerer für mich. Was mich eigentlich nicht an... Bei Punkt ist mir das egal, aber bei den Bots stört mich das halt so ein bisschen. Deswegen fahren wir jetzt halt mal beide wieder mit dem gleichen Auto. Und naja, wie gesagt, nicht wie immer, ne? So, ich bin auch schon fast Erster, wie man sieht. Eigentlich Dritter. Guck mal, ich bin eigentlich Erster. Und ich bin immer noch Dritter. Ja, und ich bin wieder Zweiter. Ja, das ist das Ausgewichen, das. Warum auf mich? Ja. Weil es nicht auf dich ging. Das war schon gut. Das wäre vielleicht jetzt nicht ganz so klug da. Wow. Das war Glück können. Nein. Nein. Das war schön. Ich hole dich ein. Ich hole dich ein. Nein. Piuuu. Ah. Ah, gib zu, der war gut geworfen. Wir waren beide gut geworfen. Fast. Nein. Und jetzt haben wir diesen blöden Pilz nicht ein. Peter. Oh, Gegenverkehr. Oh. Ich dachte, du hast mich überholt. Ne, da war ganz plötzlich Gegenverkehr. Oh Gott, bist du ein scheiß Kettenhund. Wow, Dritter dadurch. Geil. Ich bin gerade auch die Vollwanzentwicklung. So gar nicht gerade. Merkt man das vielleicht, dass ich so gar nicht konzentriert bin? Ich weiß es nicht. Ne, aber du machst Raffee. Hier, das... Komm schon, komm schon. Nein. Yes. Das war. 300 Millisekunden. Das ist genug Zeit. Schön. Wir haben gewonnen. Das zweite Mal hintereinander. Oh Gott, das bringt unbedürflich. Ich sollte mich vielleicht ein bisschen aufs Spiel konzentrieren. Ja, mache ich auch nicht. Brauchst du nicht. Na gut, dann nicht. Ich meine, wenn ich schon mich nicht aufs Spiel konzentriere, dann kannst du auch spielen, wenn du dich nicht aufs Spiel konzentrierst. Ich könnte mich nie aufs Spiel. Warum solltest du dich denn darauf konzentrieren? Ich weiß nicht, vielleicht damit mal gewinnen. Nein. Willst du wirklich, dass wir noch bis morgen sitzen, nur wegen diesem komischen Graub? Nein, ich bin jetzt endlich fertig, habe ich gesagt. Oh, langweilst du dich etwa? Ich kenne jeden Ausgang des Rennens, sage ich so. Leroy! Ich kenne das Ergebnis von jedem. Komm schon, komm schon, ich kriege mal Ketten und Attacke. Die fang schneller als der Kettenhund, ne? Die beiden. Wow, wow. Da kann man von einem großen Sägen, das hat mich fast gefüllt. Oh, Bonjo! Ja, stimmt. Abgewehrt. Ich glaube, du bist aber gerade irgendwo runtergefallen. Nein. Abgewehrt. Ha, runtergeboxt. Vor dem Ding. Hast du schon wieder einen Kettenhund? Ja, ich war 8er. Stell dir vor. Ich bin 2er. Ich bin 1er. Wie auch immer in diesem Scheiß, in dieser Scheiß Planke hängen geblieben. Und wie der Typ so ein Glück hat, ey, das gibt es ja gar nicht. Letzter, erster. Oh, schön. So ein Glück. Ich bin dann ein glücklicher, glücklicher Glückspilz. Genau, glücklicher, aber ich bin kein Glückspilz. Oh. Du bist ein Glückspunk. Ja, genau. Oh Gott, das war die schlechte Witzheit. Mach das auf, hörhören. Setze einen Schlusspunkt, äh, was? Du denkst mich an. Ich musste bremsen, das ist euch runtergefeiert. Ich glaube, die Bots sind ein bisschen weiter hinten, oder? Die sind direkt hinter dir. Oh ja, stimmt. Ich hab' mich erkannt, weil wir die ganzen Kurven und so. Ah, letzte Runde. Da kommt Mario und schießt erstmal einen roten nach hinten. Was könnte der nur planen, oder? Wie, noch ein Valio? Nee, noch ein roter Panzer nach hinten geschossen. Das war knapp, dieses Glückspilz. Das war knapp. Dieses Glückspilz, da plantest du extra was dahin und dann, plopp, nö. Nö, die letzte Runde. Nö, nö, seh ich nicht ein. Nee. Wenn du die letzte Runde wär, wär ich froh. Fünf Minuten Aufnahme, ja, wenn du schon die letzte Runde erreicht, kommen ja noch gut 14 Runden. Dann? Ja, 14. 14, ja. Da sind sie in der zweiten, danach kommen noch 14. Ich hoffe, das kannst du mir verziehen. Vor allem, wo ist der Grüne hin? Ach komm, das ist doch nicht wahr. Komm schon, ja, nein. Yes. Jetzt, komm schon. Letzter Sprint. Ja, ich habe die Macht. Nein, du hast einfach nur Glück. Ich habe eine Person, die an mich glaubt. Ja, an dieser Stelle wäre nicht das Display, der cheatet. Nein, also. Das gibt's ja gar nicht. Der verliert gerade extra. Merkt ihr das? Eigentlich nicht. Moment, das ist meine Strecke, hier kann ich nicht verlieren. Okay, schlechter Start. Verloren. Dürfen, 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 Dürfen. Oh, ein Stern. Vielleicht zu Anfang erstmal zu weg. Wie gesagt, auf dieser Strecke kann ich nicht verlieren. Vielleicht wie ich litze. Oh, da klaut er. Er klaut. Uh, er klaut. Normal. Nee, momentan klaust du nicht. Also, es ist einfach so normal. Warum auch? Ich habe den Tore nicht gekriegt, ne? Vielleicht sind wir aufs Spiel gucken. Das Schöne an der Strecke ist, wenn du da einen blauen abkriegen solltest, fährst du einfach mit und triffst zu 100% noch irgendwen. Ja, normal. Wie stark ist ja auch so? Ich kriege keine Torbos hier hin, wenn du fährst und fährst und fährst. Ich kriege auch kaum Torbos hin. Ich habe gerade in der ersten Zeit, glaube ich, eine Runde hingekriegt. Kommt da gerade ein blauer? Ja. Wie gesagt, wenn du hier ein blauer abkriegst, dann richtig. Das war auf Absicht. Ich konnte nicht ausweichen. Wohin sollte ich ausweichen gerade? Nicht genau, wo ist es denn? Oh, weil ich getroffen wurde. Und der Lacker bleibt groß, ey. Ich glaube es ja nicht. Uhu, 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 first place. Das geht ja wieder so ein Dreier und dann... Das ist schon die letzte Runde, ne, ich schaffe die nicht mehr. Ja, Sieg. Dammit. Ich kann auf meiner Strecke nicht hollieren. Im Ziel noch. Ei, ei, ei. Qualm, 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 rauch, rauch, rauch. Summe noch erster. Oh mein Gott, da schwöre ich mich spannend. Naja, nächste Runde wahrscheinlich eher weniger, aber... Ich sehe noch positiv. Gut, schon seit ein paar Runden nicht mehr. Abdrängen, abdrängen, abdrängen! Oh, was ist da gar nicht jetzt? Ich werde hier abdrängen. Wenn ich nicht gewinne, schon nie bewatze ich gewinnen. Ich bin da geh... Wo fährst du lang? Was fahrt du denn? Können und so... Hui. Nein! Voll ninsloser. Ja, aber ich hab dich eingeholt. Hallo! Alter, du Sack! Gibt's da gar nicht. Dieser Typ, ne? Aber ich hab meinen Nachfolgenden, bzw. meinen Vordermann, hab ich getroffen. Nicht meinen Nachfolgenden. Ich bin, glaube ich, der einzige von den beiden, der hier die ganze Zeit ist. Langsame. Ach, du auch? Langsame. Ja, was wolltest du sagen? Nix, nix. Ich glaube, es ist heute ein bisschen langsam. In der Tat, in der Tat. Hey, du bist Vierter, find ich gut. Hey, du bist Dritter, find ich nicht gut. Oh, what? Da war auf einmal eine Bombe und ich bin voll reingefahren. Oh, guck mal, Pils. Was? Wo sind eigentlich die Phones? Ich bin nicht mal gehört. Was? Oh, guck mal, was ich bekommen hab. Guck mal, was ich bekommen hab. Was? Wie hast du den gekriegt? Leeroy! Wie hast du den gekriegt? Leeroy! Was zur Hölle? Warum bin ich Sexter, what? Hm. Kommt grad ein roter. Äh, genau, ein roter. Ja, ein blauer immer mir. Farbenblend und so. Genau. Ich wär grad Vierter! Erster! Wiii! What the fuck? Yeah! Unterpunk in den Vorsprung! Tut mir leid, ich war kurz abgelenkt. Ja, ich weiß auch gar nicht warum. Stille. Nö. Nö. Einfach nö. Ich bin Dritter geworden, das kann nicht sein. Bist du Erster geworden? Ja. Natürlich, zur letzten Aufnahme, dann... Ist noch gar nicht entschieden. Naja, ein Großteil. Und grad, das ist grad unsere vierte Strecke, oder? Ja. Nee, das ist richtig. Ich hab keine Ahnung, ich hab nicht Glück gezählt. Oh, Arsch über mein Haar. Ich hab keinen hier. Gut so. Ich rauch halt nicht. Ich rauch halt nicht. Ja, rauch dann. Das kostet viel zu viel Geld. Und ist ungesund, das kommt natürlich noch dazu. Ich komm nicht ran, das ist unglaublich gut. Ja, das ist ja auch nicht. Vielleicht sollte ich mal anfangen, oder? Ja. Deswegen bin ich auch zu lange, aber ich muss. Aber dann wär das ja langweilig, wenn ich pusten. Leute, da kommt grad was blaues. Hä? Hä? Tschüss. Hä? Hä? Weiß nicht wie lange das hält mit dem Tschüss. Ich glaub nicht so lange ist es, komm. Ich seh dich grad nur wieder wegfahren von mir. Das ist, das ist, das ist, das ist, ja. Ja, da kommst du gleich mit drei Roten und dann bin ich wieder direkt hinter dir. End so, hier. Das wär ja schön. Das wär ja richtig schön. Du hattest, du hattest so oft mit Leuten in diesem LP so viel Glück. Nein. Doch, immer wenn, immer dann, wenn du eine Runde gewonnen hast, egal welche Strecke, hattest du immer Glück kurz vor mir. Und wie oft hab ich gewonnen? Vielleicht waren unsere 160 Runden da vielleicht 10, 20 Stück. Ja, so viel sind's glaub ich nicht. Ja, waren wir so grobe in den Daumen geschätzt. Okay. 16x4, man könnte schon hinkommen. Naja, eigentlich ist es 16. Ich denke, wir räumen nicht drüber nach. Renn ich 16x4x4. Vier Strecken. Ja, ja klar. Und noch ein Overkill. Und gleich die Kantine. Da kam was blaues und was rotes gleichzeitig an. Ja, ich weiß gar nicht von der rote Jahr kam. Und bestimmt nicht von dir. Na, glaub ich auch nicht, deswegen weiß ich ja nicht. Hier, wer ihn abrückt, dann lass es. Warum auch immer, denn ich kann rauchen, halt. Ja. Danke, dass du für mich gefangen hast. Mhm. Ich hab alles abbekommen gerade. Das ist nämlich schon der vierte Overkill heute. Das ist schlimm, was mir da entgegengeführt wird. Oh, es ist Runde 3 und ich bin mal nicht dritter oder vierter. Moment, das lässt sich ändern. Du musst da nur einmal kurz runterfahren und ich muss kein Item kriegen. Du bist irgendwie erst klar. Attacke. Oh, jetzt. Und Stern. Und ich falle genau noch so runter. Ja, das wäre ja auch zu schön gewesen. Jetzt werde ich auch noch überholt, weil da hinten gerade die zwei anderen Steppen kommen. Oh, Sieg. Oh, du wirst nicht mehr überholt, glaub ich. Da sind wir verdammt nah an mir dran gewesen gewesen. Alter, ey. So ein Glück, dass ich kein Item gekriegt hab, ne? Oh Gott, ey. Dieses Spiel. Das ist so ein Zufall. Wer hätte gedacht, dass du immer noch mehr Punkte hast. Yay. Ich muss noch dreimal gewinnen. Das war die fünfte. Ich muss dreimal Erster und Zweiter werden, damit ich die gleiche Punkte habe. Wenn ich immer Zweiter, ansonsten hast du Burscht. Und das kann ziemlich schnell die Hose gewinnen, ja. 10. Das ist ja eklig. Nächstes Mal stehst du. Wobei, auf der Strecke habe ich jetzt so leichte Vorteile, ne? Oh, ich muss links. Nein. War das deiner? Niemals so, der auch nicht. Der ging auch nicht. Der hat auch nicht getroffen. Das kann der andere auch nicht kennen. Deswegen war es auch nicht meiner. Ja. Ich hole den grünen noch ein und ich catch ihn dir. Mit einem bestimmten Char könntest du das halten. Dann nutzt er meine Tricks hier. Ja, das ist auch eigentlich bekannt. Ja, das hast du von mir. Ja, und? Ist bekannt. Du hast es öffentlich gegeben. Wem habe ich es denn öffentlich gegeben? Das würde ich lieber nicht wissen. Bum, bum. Was ist gerade? Bum, bum, bum? Ja. Ich bin nicht erster Gedächt von mir. Vielleicht tritt du dich aber noch. Ich denke das so. Sollte das am echten Mal wieder anfangen zu boosten glaube ich. Ja. Das ist echt nichts. Ich bin aber wirklich jetzt gerade so die ganze Zeit dabei gewesen so. Ach komm, auszündet. Das ist ja langweilig. Sag ich ja, du willst mich gewinnen lassen. Niemals. Ich würde noch niemals die Wünsche meiner Abonnenten erfüllen wollen. Was? Hat jemand noch Wunsch gehäußert? Ja. Mehrere haben gesagt. Am Ende gewinnt er natürlich dann doch noch. Ist aber kein Wunsch. Wäre halt schon cool, wenn er mal gewinnen will. Irgendwas kam dann. Ich habe es vergessen ausgelaufen. Ich werde immer noch geschrieben. Ah, du wirst nur noch verlierst. Ja? Ich glaube die Person weiß auch, wer gemeint ist. Ähm, ja, ja, ähm. Krochenherz? Ja. Was ich mir den Namen gemerkt habe, ist schon ein Wunder. Und er hält nicht zu mir. Ich könnte sagen, wir tun das schon, aber... So fies könnte ich nicht. Ja, komm, fahr ins Auto, werd dritter. Zwei Mal. Komm schon, werd dritter. Ja, vier Mal. Werd fünfter. Ist auch okay. Hey, du musst mir erst mal den Rekord brechen, ne? Welch Rekord? Dass du erst mal vier Meter in das Auto reinfährst. Nein. Jawoll, lustig. Nein? Doch. Wenn dich nicht ein bisschen beeilt, wirst du noch vierter. Yay. Nee, wirst du nicht. Ich sag ja, es geht schnell. Jetzt bist du wieder vier Punkte im Vorsprung. Nein. Jetzt bist du genau gleich nicht mehr auf. Nein. Doch, weil vier Punkte fehlen mir dann zum ersten. Ich krieg jetzt nur sechs, glaub ich, oder? Ja, ich krieg nur sechs. Und du kriegst, ja, siehst du gleich auf. Nein. Nein, nein. Nein. Das kann nicht wahr sein. Das geht schnell. Ja, leider. Oh Gott, der ist Dampfer. Ich muss nur verhindern, dass du erster bist. Was? Okay, ich leg meinen Controller weg. Nein. Du kriegst trotzdem noch einen Schnellstart. Und ich wollte rechts fahren. Haha. Fahr doch rechts. Denk doch, die langsam fahren immer rechts. Haha. Na gut, außer in Deutschland, da fahren die langsamen links. Und die schnellen müssen rechts überholen, was nicht erlaubt ist. Das hast du sehr oft erlebt auf Autobahn mittlerweile. Ich würde das natürlich selber jedes Mal tun. Äh, nein, ich meine nicht tun. Ne, nicht tun. Ähm. Nein, aber. Gibt's echt. Weil die, weil die bei uns in der Umgebung, also Braunschweig und so, ist echt schlimm. Oh ja. Gott. Diese Leute sind... Ey, kein Auto fahren. Brumm. Haha. Ja, so fahren die denn auch. Also fahren würden besser. Schön, aber ich steig auch noch ins Auto ein. Haha. Ein Auto hat mehr als vier Gänge, glaube ich, ne? Wirklich? Ich meine, man kann die vierten gerne bis 140 ausreizen, oder so. Da kommen die ja meistens nicht. Der endet ja bei dem bei 70 oder 60. Haha. Ich frag mich auch, ich frag mich ernsthaft, entweder wo haben die ihre Fahrschule gemacht, oder haben die überhaupt irgendwo... Ja, wie viele denn noch, Mensch? Haha. Jetzt krieg ich deinen auch noch ab. Ne, doch nicht. Ne, der hat sicher den gemerkt, der vorhin noch war. Haha. Den krall ich mir. Ich hab ein Glück. Okay, neues Ziel. Okay, den krall ich mir doch nicht. Ja, ja. Genau. Klar. Das ist total... Cool. Alles... Alles klar. Nehmen wir mal die Abkürzung. Oh, ich wollte schon wieder links fahren, verdammt. Ich hab keine Alte bekommen in Abkürzung. Weil ich schlau bin. Iey. Ich muss nämlich am Arm kratzen. Ich war ganz wichtiger. Und die Fauerin hat die Enferzei. Ich hab mir zweimal reingelt. Ui! Da kam noch einmal Pazza. Ja, das gibt doch nicht das... Die... 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 dann das hätte ich mir nicht am arm gekratzt hatte ich gerade zwei items gehabt warum ganz ziemlich auf ed nur was stand da gerade irgendwas mit ed nur das ist ja auch gespielt das fällt mir jetzt erst auf ich krieg dich ins wasser in den pool beides nein der panzei ich glaube es nicht das ist normal das schön ist so schnell sind die ganze zeit der letzte runde hierher gefahren die waren so knapp hinter dir und haben es nicht geschafft ich zu überholen ein glück so kommt die zeit nein 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 alter das kann es nicht sein das kann es nicht sein du aber ich würde mich darüber nie freuen was ist denn los das ist schon fast anstrengend gut wir haben jetzt gleich die hälfte der von dem durch diesmal eine runde warten ich habe es nicht mehr wir müssen zwischen jeder folge eigentlich circa zwischen jeder folge ja wir sind aber gerade in einer folge zwischen jeden vier rennen eigentlich einfach aus dem hause fahrrad so langsam das ist schon als pause gilt es wird akzeptiert ich bin nicht fünf Jahre siegen so aus bin erster das sieht so aus sie doch nur so aus ist aber und ich habe freiwillig in die alle von diesen heilen wie ich habe ich habe auch vergessen wie die heißt reich wechsel zum panzer komisch mit ihr varen und ich war ins aus zu überholen ich habe ihn getroffen wie ich war da jetzt rein aber es wird gerade anders gefressen ja und ich habe das item bekommen egal ich habe ihn getroffen ein von der logik her müsste ich da vorne so theoretisch ganz anders aus ja ich bin gerade heute irgendwie richtig zu kusten das merkt man dafür kriege auch keine alte das ist ein verdammter teufelskreis kein boost keine items zu weniger boost ich fahr schon nicht in dieses ding deswegen habe ich es gerade abgefeuert weil ich genau wusste dass du ausweichen musst ich sage einfach mal gar nichts dazu ich meine du bist dritter von dem her da kompratiert euch wieder irgendein glückstag für dich ja dann hast du wieder einen vorsprung ich kenne dich doch nein blöde wario schubst mich in das vier rein jetzt werde ich vierter ich hasse dieses spiel ne das gibt es da nicht wie viel pech kann man eigentlich haben sage ich ja in den 20 runden die wir von unseren 100 gespielt haben schaffe ich es vielleicht gerade mal zweimal glück du bist aber immer noch zweiter von dem her ich meine der nächste hat 45 punkte du hast 67 das kann ich ganz schön erinnern glaub mir wie willst du dir punkte abziehen indem ich immer in die lava fange okay wir machen das so ich starte jetzt als siebter und halte von hinten den rücken frei dann kommt er mit den guten items nach vorne wahrscheinlich aber das zählt dann nicht dann habe ich es wie es ist was soll ich da tun warte ich halte den rücken frei okay das weg zwei nein nein ich bin in deinem item gefahren und trotzdem erwischt wie dieser blöde ketten und auch noch nicht und ich bin in deinem item gefahren vielleicht bleibt hinter dir okay nein für das normal lustig soll nochmal fangen ja als sie auch Schade Schade Wir schaffen es beide Nicht mal geringfügig knapp Oh guck man, da wird das alte Wow, hier, fang Nein, das ist so gut Minimal Minimalistisch Das ist unglaublich gerade Diese Stille Ja, die Konzentration Nervt gar nicht Ich hab auch schon gedacht, die Musik macht irgendwann einfach mal krass Das geht gar nicht Boah, das ist krass, das ist einfach nur nervig, die Musik Ist ja wie im Geisterhaus Ja Jetzt haben wir gerade den ersten Platz gebracht Meinst du in Luigi's Mansion? Keine Ahnung, meint das? Welches Geisterhaus? Generell die Geisterhäuser in Mario Achso, in Super Mario In allen möglichen gibt es das doch, oder nicht? Ja, ja, aber ich dachte jetzt eher an die Wii U-Teile Weil da gab es ja die Keine Ahnung Meinst du, dass ich das in irgendeiner Weise Ja Geplant hätte? Da liegt nebenbei mir mit einer Banane vor Und da ein Bom-Bom Banane oder Bom-Bom? Bom-Bom Banane-Nob Banane-Nob Banane-Bom Bom-Bom-Nob 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 Bom-Bom-Deiner Wir hören auf Ja, Hilfe Catch it all Ich hab ein Item, okay, ich hab doch keins Nicht mehr Nur ein erster Warum ist Mario nicht so schnell wie du? Warum ist immer nur so schnell wie ich? Nooo, ich bin meine eigene Banane eingefahren Von vor zwei Runden oder so Ne, von vor einer Runde, von vor zwei wäre ein bisschen unmöglich Das war ein bisschen früh, glaub ich Egal Ich kann den Boost auch grad überhaupt nicht mehr, ne? Ich bin grad ein bisschen zum Glück dafür, kann er sein? Keine Weiß Warum bin ich grad so langsam? Irgendwie Das kommt dann ab und zu so vor, als wenn man voll langsam, richtig? Ehh, nein Das ist grad wirklich Oh, der hat mir Oh, oh Oh, oh Vielleicht wär's ins Ziel geflogen Yeah Dieses Spiel Das wär ich kein Gewissen So Fop ins Ziel geflogen Nein, das Fop Nicht besser gesagt Weil morgen tut man ja jetzt ab fünf Was? Ab fünf Leuten Was? Ist das nicht irgendwie so? Keine Ahnung Was machst du mich sowas? Geft jetzt nicht auch nicht Oh, guck mal Lauter Pelzer Uiuiuiui Und ich fahr da absichtlich rein Punkt Wir hatten gesagt, wir spielen richtig Verrichtet Merkst du das nicht, dass ich richtig spiele? Gib mir mal gerade, vielleicht werd ich noch vierter Irgendwie zu Foppen Ja los Schieß alles auf, was du hast Yay Yay Das ist wirklich nicht mehr zu toppen Das ist unglaublich Ach, es geht Was ist Das ist Trauere nicht, du hast immer noch 13 Punkte Vorsprung Guck dir das an Diese Punkteverteilung Das ist trotzdem unmöglich Für die ja Ja Oh so Oh so Äh 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 1 Los Hallo Das gibt's nicht, selbst wenn ich nicht gewinnen will Green Stern Aha Du spielst halt wirklich Jetzt gerade nicht Nur in dieser Runde Komm schon, ich krieg die Ah Ja Ich hab's dir vom Hals gehalten Auto Danke Danke Weißt du, da versucht du mir zu helfen und dann war ich mal so wirklich gewollt Ich hab mich gerade am Kopf gekratzt, wie soll ich das sagen? Ja, ja, hier, nein, da nehmen, verdammt Ich sagte eigentlich so, ich schiebe einfach mal einen von den vier Panzern nach hinten Du hast doch nur drei Ne, ich hatte vier Du verdammter Cheetah Hä? Ne, nicht ganz Ja, ne Ist das Blätter? Hä? Hä? Was zur Hölle tust du da? Ich soll die Brücke hochfahren für die Turbos, aber ich krieg die nicht hin Von seit längerem nicht mehr Achtung, Bombe! Äh Äh Band Ha Okay, das war nicht gewollt, ich hätte nicht zu dir gucken sollen Oh Gott, falsche Richtung Ah, Bom, Bom Noch einer So Hallo Wie geht's? Zwei Pilze Wow Danke, Spiel Du mich auch Das war deiner Was? Der Grüne, den ich gerade bekomme Oh Sorry Mach nichts Ich kriege ja nur Pilze, soll ich da warten? Boosten Okay Booster Ich bin dritter Wo kommt Booster? Booster Booster Nein, Booster Guck mal, ich hab's geschafft zur Hälfte Vierter Vierter Erster Du solltest wenigstens schon zweiter gewesen worden sein, tue du Warum? Weil Dann Packen Jetzt könnte ich sogar wieder Vorsprung haben, bist du Wir wollen doch am Ende ungefähr gleich ein Ergebnis rausgehen oder nicht? Ach so ist das Was sagtest du denn, warum ich das hier so geplant habe? Guck, siehst du? Siehst du? Ja Ja Jetzt kommt Strecke Nummer 11 Ja, 11 Ah Ich glaube man hört die Kirchenglocke oder? Die Kirchen, Kirchen Eigentlich ist es die Domglocke aber ja Hui Ist nur höher an Oder dasselbe Erstseite Ich krieg schon wieder rechts Ich krieg schon wieder rechts Ich krieg schon wieder rechts Out of my way Ups Stürb Mario Ui Unsichtbare Wand Ich krieg keine Items Ich bin grad einen roten ausgeglichen Ernsthaft? Ja Cool Ich ahne was gleich kommen wird Ich wohne nett Hörst du es schon? Kinder? Ja Und? Halloween Dann mach ich das Fenster zu Soll ich das Fenster zumachen? Noch nicht Wir sind grad mitten im Rennen, hallo? Ja und das kann ja passieren in jeder Zeit Das kann man ja nicht zumuten Das kann man ja auch nicht zumuten Bis gleich Uncut Die Turbi jetzt das Fenster zumachen Was? Gar nichts passiert? Und nicht Bescheid sagt, dass es weitergeht und ich den Nachkopf losgelassen habe Ja aber du hast jeden Flug Darauf habe ich extra geachtet Ja natürlich Sabotage Sabotage Das ist genauso wie Montage, nicht auch Montage Ja Haha Ich bin wieder auf Montage, was? Nein, es ist Montage Nein Da gibt es bestimmt einen Witz Ich bin wieder auf Montage Hä? Verstehe ich nicht Echt nicht Anfang der Woche Scheiße gelaunt Wochenende gerade vorbei Nein Das ist ein Montage Das ist ein Montage Ne aber bist du kein Montagsmuffel? Doch Ich bin Ich bin sowieso ein Du bist generell Muffel, ja ich weiß Morgen Du darfst nicht öfter mal duschen, weißt du? Haha Ne aber ich Ich brauche also Frühes Aufstehen bin ich ja mittlerweile nicht gewohnt, aber ich hasse es immer noch den Pest Das ist so Doch macht man das Warum lässt man Leute um 5 Uhr aufstehen, damit die zur Arbeit können? Ich meine meine Ausbildung muss ich um 4 Uhr aufstehen, damit ich um 5 Uhr aufstehen, damit ich um 5 Uhr 25 den Bus Äh ne In Zug kriege Und dann um 5 Uhr 52 in den Bus zu steigen Und dann um 6 Uhr 32 Ich war im Flug, das zählt nicht Um 6 Uhr 32 an meine Arbeitsstelle anzukommen Boah Es ist über eine Stunde Zugfahrt Äh Nein Generellfahrt Ja Ich brauchte auch schon eine Stunde allein fahren Für Hannover, wenn ich da auf dem Bus zu lad Hannover ist doch Mit dem ICE Ja ich weiß Aber Es ist halt trotzdem Ja gut Mit dem ICE Ich bin ja meistens immer umgestiegen Ich will mich gar nicht an diese Zeit erinnern, muss ich ganz ehrlich sagen Ja nur weil es auch so Ich mag ihn noch von ihm wohl Ich finde ihn noch echt hässlich Ja Ich meine wenn ich da arbeiten müsste Ja ok würde ich da halt arbeiten Wohnen würde ich da auch nicht wollen Ne Weh du verlierst jetzt noch Es ist wirklich einfach nur Für mich gesehen eine Graue Betonstadt Im Gegensatz zu Braunschweig Da gibt es ziemlich viele schöne Parks Ach Nicht mal alten Grünflächen Darum geht es mir nicht mal Mir geht es einfach darum, dass ich das Ich weiß nicht Ich habe generell irgendwie nicht so die Lust da zu wohnen Wer nicht jetzt zweiter wäre, dann haben wir genau gleich Punkte Haben wir? Du hast 84 Du hast schon wieder 2 mehr gekriegt Dann kriegst du 8 mehr und ich 10 mehr Ja Und ich bin dann noch ein paar Punkte wie du Oder ich habe 10 weniger Ich habe vergessen Wir müssen dann 10 Punkte an Vorsprung Das heißt du bist dann 8 Punkte weiter Ich weiß es nicht Ist egal Ist egal Ist egal Ich hab eh mal anderslich Oh Tu ich auch Oh Hey Hoi Schön Sehr schön Fang bitte nicht an wie hier Du bist halt Hattest du erzählt Hast du dich? Ja 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 Das konnte ich mir nicht lange antun Da kriege ich recht Also Verwischt Ich hab mir den Tag davor oder davor den Tag hab ich mir den Stream angeguckt Ja 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 Stimmt Ich glaube Das hab ich mitbekommen Da irgendwie Meinte die Modcon Da hab ich sogar noch meine Hausaufgaben die beide machen Aber auch mit ihm? Ja Das war Online Ja Ja Aber du hast noch jemanden getroffen Mhm 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 Ich bin ein Doppler Effekt Mhm Ich kann es nicht nachmachen Verdammt Als was gehst du? Doppler Effekt Mhm Da kommt grad ein Ei auf dich zu Könntest noch gewinnen Noch fahr ich ohne zu dürften Stürb Blume Oh wie? Stürb andere Blume Ich hab beide Blumen gekillt Ja ich hatte drei rote Panzer Ich hab beide Blumen gekillt Ah das ist mir die erste Trägerung Ne es ist jetzt hier drunter Ja Das ist ein doppeltes Item Ich bin doch vorbeigefahren Ätsni Äh Oder so Man könnte jetzt sagen schreibt es in die Kommentare Aber das würde ja wenig Sinn eingeben Was? Letzte Runde rückwärts Äh Äh Ät nur Das ist Runde Und letzte müsste Letzte sein Ne ich fahr grad Das finde ich nur so nah so abdenken Ich fahre gerade Ja Nimmst du nicht aus dem Auto auf Warum kommt da ein roter? Und warum bist du dritter und nicht zweiter? Weil Mario einfach so verdammt gleich schnell ist wie ich Uhhh es kommt schon Ja Und wie viel Weißt du warum Weißt du warum der Herstermist? Weißt du warum der Herstermist? Weil ich abgedreht bin Natürlich Neu tausendstel Hallo Ich bin so abgedreht Ich hab Beweise Ich hab es aufgenommen Ja du dachtest du Du könntest mich damit richtig mobben Dass du nochmal kurz vorm Ziel anhältst oder so Nein Doch Ich hätte einfach boosten können Da bin ich Herstermist Natürlich Ich bin immer noch bei den Punkten Na und? Aber du hast gewonnen Naja so ein Pech aber auch Neu tausend sind So schnell kannst du nicht reagieren Ich hatte davor genügend Zeit zum reagieren Nein Nein Wenn du das sagst dass ich die Zeit nicht habe Du kennst ja scheinbar meine Reaktionszeit besser als ich Ja Warum nimmst du nicht den Zweier? Ich wollte extra außen den Einer nehmen Ich wollte freundlich sein Ich wollte freundlich sein Ich wollte freundlich sein Zu mir Deinem Erzfeind Wir hassen uns ja eigentlich ne Ja total Wie Emero und Dikey Die hassen sich ja auch bis aufs Blut So wie es jeder weiß Ey Punkt gib mir deine Pilze Das klingt irgendwie komisch Ja Aber ich sage nicht das andere was man dazu sagen könnte Ja gar nicht Oder was Nein Wow Alter wie schnell sind die denn Wo ist deine Bombe hin? Die liegt da hinten irgendwo Die hab ich da abgestellt Ok Steht deine Ecke Steht deine Ecke Mit Glitzer Oh yeah Wow 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 Boah ist töten Ihr seid so schlecht in diesem Spiel Habe getötet Na ja habe ich nicht Wenn ich noch mal kurz im Erster Haha Haha Ich bin ja Guck dir mal wie weit der letzte abgeschlagen ist Der letzte ist Ich weiß gar nicht Ich kann mich reden Muss mein kleines Gehirn anstrengen Um Konzentration aufzubauen Ich kann nicht reden und essen Was? Spielen und essen und reden Was? Es gibt aber nicht so Leute die essen man mit zu playen So Möglich Haha Ich meine das haben auch größere Das war ja schon mal versucht Und das ist jetzt der DSK Genau Aber ich meine was zu trinken Ehrlich muss Muss ich nicht Ich kann nicht Ich krieg keine 4 Stunden oder so reden Ohne das Irgendwas zu spülen zu trinken Das geht nicht Ja Kommt auch an ob du 15 Minuten Harz aufnimmst oder ein Stück Ja Bei 15 Minuten Harz ja Aber wenn du heute würde ich jetzt am Stück meine Aufnahme machst Wenn du sowas vor produzieren musst für Urlaub oder Ja Keine Ahnung ob es garantiert Gründe wo man dann mal voraus aufnehmen muss Ne Du hast da genügend Zeit zu schneiden oder hast nicht genügend Zeit Und würde ich so Sachen So viel aufzunehmen weil wir natürlich nach jeder Aufnahme wenn du 15 gemacht hast die einzelne bearbeiten musst du im Plan und so Musst du sowieso Wenn du sowieso auch eine große aufnahme hast Aber ich glaube die Die Gesamtzeit ist bisschen kleiner dann Ja Ja Weil du halt bei Einzelpack hast du jedes mal dazu für Pause Schluck auf Vor allem Dich Ich habe gewonnen nebenbei Ne았 aber erst mal wenn du wenn jetzt die große Aufnahme hast kannst du dir auf so ein stück aufnehmen hast du jetzt drei stunden aufnahme die ersten drei stunden ist drei stunden 15 minuten pass auf den würdest wirst du immer noch achten dass es 15 minuten sind meistens weniger das am ende ist schon mal ein bisschen mehr oder weniger so plus minus fünf prozent sagen wir mal dazu kommen dann noch dass du jedes mal dazwischen kurz pause machst und die begrüßung zur zeit mit richtig ja so ich muss haben was trinken weil wie gesagt ich kann nicht eine stunde lang labern ohne wir sind schon mal 43 minuten hatte ich nicht gesagt geht schneller ich bin es wurde immer schneller aber jetzt über glaube ich stunden haben auch für die erste 50 ccm 50 ccm waren eine stunde sieben minuten glaube ich aber jetzt so langsam war ja und dann war es immer kürzer das ist schon die volle zonen und die letzte ich glaube ja dann bist du schon schnell danke schön bitteschön zu freundlich jetzt geht weg ich überhole ich bin drift es ist merkwürdig das heißt ich sollte auch noch geprüftet fahren weil dann würde ich auch immer noch schneller sein oder guck mal kann das ist eine tolle aussage weg mit dem teil weil ich komme ich kann sogar ich kann sogar nebenbei neben dem toro noch driften macht das nach ist es nicht meiner natürlich nicht der steiner würde ich nicht überholt werden du hast ja von dem tootentum keine ahnung mein von jemals von jemals blablabla super predikat bei leidigem alter gott er das hatte ich heute in der deutsch arbeit was super predikat bei leidigem alter? nein schade wörtliche rede in konjunktiv schreiben da muss man das ja überlegen weil man das schon seit 10.000 jahre nicht mehr gemacht hat und dann sei, seien, sei gewesen geseiten, seit und so sagen oder so was es sei so gewesen oder was weiß ich das sei ist mir gerade das erste einzige wort was mir einfällt dazu für ist ja das ist das ist nervend man lernt viele sachen nein nein man hat viele sachen in der schule die man nicht braucht von deren kann keine rede sein da hättest du den auch sparen sollen ja für die Abkürzung ja für die in einfachstrichen Abkürzung aber ich will ja dass du gewinnst kaum boostig hä ne ich hör wieder auf das ist sonst nicht langweilig das war neben meiner keine nein was nicht das war keine Absicht feuer die mal nach hinten du musst überhol mich wohl pausa piep überhol mich pausa gut und ich in die falsche richtung fahre ich hab die hummer umgefahren oh du sag alter alter ja was noch ich steh doch schon auf das stelle und ich bin erster bleib klar und ja das additions ja ich wollte boosten aber es ging nicht weiter darum wollte er gerade nicht Was denn? Nichts, gar nichts. Okay, dann kommt dann auch die Sternenboulevard. Ja, Sternenboulevard ist es. Nein, habe ich immer gesagt. Kannst gesagt, aber habe ich zugehört. Oh, nicht. Plonk. Nein, der war von dir. Ich will mich in den Kettlern reingraben. Das ist wie so ein Mehl-Drescher, ne? Tot. Mehl-Dresch-Dresch. Oh, warum war auf einmal... Ich sehe da der Slight-Effekt auf dem Eis kommen so groß. Fahr mir wirklich so schnell. Oder täuscht das einfach nur? Keine Ahnung. Vielleicht wegen Blumen. Jisse Blumen. Die Para-Typen hier. Oder wie die heißen. Para-Koopa? Nee, Para-Koopa waren die Schildkröten. Komm, ich habe dir geholfen. Koopa waren die Schildkröten. Ähm... Irgendwas mit Geist. Genau. High-Guy. Warum war das nicht High-Guy? Keine Ahnung. Weil die Maske auf. Aber hast du eine Maske auf? Weil ich Schüchtern bin. Tötest du Menschen? Nur manchmal. Ich trage auch keine Maske auf. Äh, was? Du bist doch nicht Schüchtern. Ich bin Fünfter, also so schlimmer. Alter, dieses Spiel, ne? Gib mir noch etwas Gutes jetzt. Du bist gerade ein Roten Panzer. Ja, ich bin Vierter. Der hätte dich niemals erreicht. Trotzdem ist das noch verdammt Gutes. Wir haben die kleine Items. Habe ich, bin selber eingefahren. Jetzt häng ich hier gerade an diesem Eisding fest. Und bin mir Fünfter. Komm schon, gib mir eine Mega-Piss. Warum nicht? spiel so ich hab schon wieder nur so ein ich hab ein stern ich hab erster ich hab ein stern das schöne ist wenn ich jetzt bin ich jetzt zweiter werde habe ich immer noch mehr punkte ich weiß du müsstest mindestens dritter werden im vergleich ja erster nicht im stemmen so wie das ist erster werden vielleicht diesmal nicht von anfang an und das war knapp ich würde sagen vielleicht falle ich diesmal nicht von anfang an runter das item auf der strecke ich muss aber weiter vielleicht komme ich noch vorne es war uns weiter vor dem einzigen wenn ich bin siebter gewesen du hast achter du sagst selbstverständlich musste er siebter werden ja ich musste ich war siebter ach egal ich hatte gerade so einen tollen Satz so einen klug klug intelligenten Satz was so ein kloarkigen Satz was er hatte irgendwas mit Kloarke zu tun warum hämmer ich gerade eigentlich die ganze Zeit A obwohl ich gerückt halten muss das ist das klappt vielleicht macht er gerade absichtlich nein ich glaubt ihnen kein wort ich würde dann niemals absichtlich runterfahren ich war eigentlich nur darauf dass ich mal ein gutes item kriege aber ich kriege irgendwie nur scheiße oder Sachen die ich gerade überhaupt nicht gebrauchen kann ich bin dritt ja achten der erste kriegt da irgendwas blaues ich dachte ich wäre der erste nein das wäre ich deswegen bestimmt nicht abgefeuert oh steuer ist er noch dabei auch mal Controller nicht kaputt ey was nicht zum Ende des Let's Plays und die diesen Controller kaputt machen bitte wir haben ja noch ein paar mehr Let's Plays geplant im GameCube werden wir noch brauchen haben wir ich glaube schon ja was denn vieles okay ich habe noch einen blauen okay ich meine ich bin fünfter ich kriege jetzt wahrscheinlich nur so eine scheiße okay ich habe einen roten das ist okay ich muss erst dann echt was VARIO 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 geh weg roter Panzer er geht weg finde ich gut finde ich sehr sozial Helden kommt gerade ein Catman jetzt bin ich fünfter ich glaube er ist die Spawn ich bin dritter oh je no no nein runter runter okay ich wollte bremsen ich habe schon gebremst du wirst gebremst arm tut und ton und hast es getan gut und ton drei Panzer müssen für VARIO und BAUSE erreichen ein Stern damit kann ich doch schon mal ein bisschen was auskaufen ich hämmere schon wieder A ich erwische mich gerade die ganze Zeit dabei zu welchem Spiel ist das gewohnt eigentlich weiß es nicht eigentlich von gar keinem ich kenne kein Spiel wo man die ganze Zeit A hämmern muss um die vorhin zu kommen ich bin nicht erst da ich habe auch den seit abgebrochen bevor ich noch mal sprechen kann ich bin nicht erster das würde ich mal so festhalten das war ja nicht für einen gerecht lief mir laut im Flug ja natürlich runtergeboostet ja durch den automatischen Booster aber was soll ich dagegen tun ne ja wow 6 da jetzt also so langsam fängt das Spiel an mich zu mobben sagst du naja gegen Ende hin derjenige der ist gerade absichtlich niemals ich habe gerade meinen eigenen roten Panzer überreut der kommt blauer ich glaube der trifft den noch oder der wird ja nicht treffen weil er in der Röhre ist leider verflucht alter wie wie kann ein Rot auf gerader Strecke nicht treffen sprung auf gerader Strecke rüber gesprungen der Rote ja über den Gegner los Kettenhund töte sie alle was so ne gute Idee war nein mach's nicht vor allem so scheiße wie der gerade fährt stopp Mario guck 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 yes ist der Kettenhunde das ist der Kettenhund hast du es gerade gesehen du hast gerade absichtlich verloren danke hast du das mit dem Kettenhund gerade gesehen frage ich mich nein nicht ganz Rampe Kettenhund weg und ich so diese diese Leinwand oder so plock 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 und weg ja ich habe meine andere gewonnen oh mein Gott dann darfst du endlich mal deinen Namen eingeben wie war mein Name hi meiner war bei und meiner war hi stimmt da war es das war ja zu mir Anfangszeit wo ich vielleicht mal gewonnen hatte hi ich hab gewonnen ich hab mal gewonnen ich hab mal gewonnen ich hab mal gewonnen ich hab mal gewonnen ja danke fürs Spiel 2003 Nintendo 10 Jahre alt ja 10 Jahre ich bin alt so müssen wir voll nochmal ich hab mal gewonnen unglaublich hey Meisterschaft es wurde ein Goldportal im Spielgeburtserung triumph flitten dieses Karte ist absolute Scheiße für all die Zeit die ihr in dieses Spiel investiert habt oh yeah ja zu viel Zeit und wir haben den neuen Stapelschirm so dann würde ich sagen ich bedanke mich für das Let's Play bei euch bei dir ich danke dir auch aber ich hoffe wir haben jetzt nicht irgendwie auch so den eigenen Kart einen Rennen übersprungen oder sowas haben wir nicht sicher ja hoffe ich mal nein wir haben alles ok ich danke mich auch nochmal bei dir fürs Spielen das mitmachen was ich mitmachen durfte immer gerne ich lege jetzt meinen Controller mal weg gewonnen willst du eigentlich sonst nicht nochmal ein Fazit zum Spiel dann geben wir haben es ja jetzt über eine lange Zeit lang gespielt ein Fazit über Mario Kart ja ein Fazit über Mario Kart das ist wie wenn Monopoly keine Freundschaften zerstört hä es ist ein Rennspiel es ist dieser gewisse Aspekt dass man Items hat und den seinen Freund in Grund und Boden ärgern kann oder sich einfach nur selbst ärgert weil selbst wenn man Erster ist und dann guten blauen Panzer oder sowas ins Gesicht kriegt immer noch Letzter sein kann werden kann ziemlich Haare raufend aber deswegen macht es ja auch Spaß und führt auch wirklich teilweise zu extremen Verzweiflung finde ich zumindest für meinen Teil ok ansonsten Abwechslung ja 2003 Spiel Grafik kann man nicht beurteilen ist egal macht trotzdem sauspaß der N64 Teil macht auch immer noch Spaß den müsst du auch nochmal auch mal spielen der NDS Teil macht auch Spaß aber den hab ich leider nicht hier in der NDS Teil kann ich überhaupt nicht da komm ich nicht da weil es keinen anderen weil man nur mit dem Stahlkottsch spielst genau oder BAMPA ist das hier ja ok dann kein ich kann mich mit Controller nicht mehr so gut aus das ist schon ein bisschen ja analog stick analog stick ja ansonsten es ist wirklich schön also ich muss sagen dass es ein Double Dash ein Spiel ist was mir auch aus dem Grund viel Spaß macht wenn man da zwei Fahrer hat oder weniger schade ist es allerdings dass es so dass es nicht diese Möglichkeit gibt wirklich zu viert mit vier einzelnen Autos äh im Grand Prix zu Pricks zu fahren ich glaub das ging beim N4 das gibt's ne beim N460 auch nicht ich glaube nicht ich hatte nie so viele Freunde dass man zu viert an einer Konsole gesessen hat oder vor allem ja ja ok was hast du noch zu sagen ähm Belohnungen sind bescheiden die Standardautos bleiben eigentlich sowieso immer die besten naja ansonsten ich glaub das war's ok bist du fertig ja gut ähm dann von mir mal Fazit äh erstmal nochmal danke fürs Mitspielen gerne ähm alleine hätte ich das bestimmt schnell durchgezogen ja wir haben heute kein einziges Mal versagt wir haben kein stimmt wir haben kein einziges Mal versagt den letzten Sieg habe ich Punkt in Anführungsstrichen geschenkt ja danke ähm also es sollte eigentlich ein knapper Sieg werden ich hatte halt gerade das Pech in der letzten Runde natürlich äh nein ich hatte wirklich Pech ich hatte mit mehreren Items Pech bin immer wieder runtergefangen hab dich sogar noch überholt und hatte dann nochmal Pech aber es passiert halt so ist das Spiel ähm ich kann es jedem empfehlen sagen wir es mal so jedem der der irgendwie in irgendeiner Weise eine Gamecube hat oder eine Wii U die Gamecube-Spiele abspielen kann kauft euch das Spiel das kostet bestimmt noch oder 5 Euro oder so leitet euch aus was ne Wii U kann keine Gamecube habe ich gerade Wii U gesagt also ja also eine Wii die das kann Wii U kann das nicht aus Gründen die mir fernliegen ähm alles in allem ich kenne das Spiel schon ein bisschen länger ich habe es ja schon mehrmals durchgespielt wir haben es auch schon mal bei Punkt so glaube ich eine Runde durchgespielt fast mehrere Nächte auch so einfach mal so aus Langeweile ähm wir haben eine Stunde gleich voll und äh ich will jetzt einfach mal das längere Fazit äh ein bisschen zurückstellen einfach weil ich es kann und äh verabschiede mich bei euch danke fürs Zuschauen äh wollen wir das nächste Projekt schon ankündigen das wird wahrscheinlich aber vor dem hier kommen ne das kommt doch noch nach ihm nicht ankündigen nicht ankündigen okay dann eine Woche müssen sich geduldigen oder weiß ich wie oft du es frechhalten hast ich hatte eigentlich vor täglich okay dann müssen sich einen Tag geduldigen oder ich lade ich lade die die letzte Folge lade ich morgen hoch und die ender am Samstag und dann kann ich direkt anfangen mit hochladen und egal ähm ähm ich könnte es doch hier schon sagen ich werde es hier mal kurz sagen äh es wird einen Doppelbrief abbruch geben weil ich einfach keinen Bock auf die Spiele habe wahrscheinlich ist er groß jetzt schon ausgeschaltet das ist mir aber egal ähm Colorstudy wird nicht weiter gespielt werden und ähm GoldenEye leider auch nicht weil es mir einfach keinen Spaß macht Ego-Shooter nein momentan nicht müssen nicht sein Rage vielleicht demnächst weiter aber sonst haben wir erstmal was anderes vor was größeres äh Punkmasker kriegt gerade seinen Arm vor der laufenden Kamera ähm deswegen ja jetzt haben wir die Stunde äh ich hab viel zu viel gelabert ich glaube weil die Leute bestimmt bestimmt deswegen hab ich auch so viele Abonnenten weil man mich gerne hört wie ich nun scheiße labere ok dann tschüss von mir tschüss von mir bis zum nächsten Projekt